Kinder lachen, klettern, Kids aktiv. Der SC Siemens Stadt lädt am Samstag Kinder bis 8 Jahre in sein Vereinshaus ein und bietet ihnen viel Raum, um nach ihren Vorlieben zu spielen, sich auszutoben und neue Sportarten zu entdecken. Unsere Abteilungen sind ganz fleißig hier in diesem Hause zu Kids aktiv. Tischtennis, Turnen, Sportkarate, Schwimmen ist heute dabei, wir haben Rugby, wir haben Buschu, wir haben Badminton. Die Kinder haben an diesem Tag die Möglichkeit, in jede Abteilung einmal hineinzuschnuppern und vielleicht sogar eine neue Lieblingssportart zu entdecken. Festlegen braucht sich beim SC Siemens Stadt jedoch keiner. Die Spatzabteilung vereint mehrere Sportarten in einem Angebot und bietet Kindern zwischen 3 bis 5 Jahren ein Grundlagentraining mit verschiedenen Schwerpunkten. Beim Kids aktiv gibt es für die Kleinen viel zu entdecken. Vom Kinderschminken bis hin zu einem bunten Bühnenprogramm, an dem die Kleinen selbst teilnehmen können. Alle waren sehr nett und ich fand es auch cool, dass die bei Reverse, nachdem sie die Vorstellung gemacht haben, noch die anderen hochgehoben haben, weil das macht man ja auch nicht immer. Der Verein begeistert mit seinen passionierten Trainern und Mitgliedern kleine und große Besucher und schafft ein familiäres Umfeld. Das macht einfach Spaß. Man ist nicht nur Mitglied, sondern man kennt sich halt untereinander. Das finde ich toll. Wer Lust auf mehr bekommen hat, der kann sich ganz einfach auf der Homepage des Vereins über das vielfältige Angebot informieren. Der SC Siemens Stadt freut sich immer über Zuwachs und sorgt gerne für Bewegung, Klettern, aber vor allem für Kinderlachen.